Alles ist er für mich. Er ist mein Freund, Sportpartner, Kumpel, weil er mit mir durch dick und dünn geht. Ich heiße Sun. Das ist mein Hund Limit. Wir machen zusammen Agility und sind Weltmeister geworden. Agility ist ein Hundesport. Man muss den Hund über verschiedene Hindernisse führen. Das Besondere ist halt, mit dem Tier zusammenzuarbeiten. Der Hund hat auch da ganz, ganz viel Freude dran. Ich bin mit dem Limit aufgewachsen. Er ist immer mit mir gekommen, wo ich hingegangen bin. Er hat aufgepasst, dass mir nichts passiert. Und heute ist das noch immer so. Das war meine erste Weltmeisterschaft. Am Start geht es mir nur um die Konzentration, mit dem Limit gut arbeiten. Und dass wir ein Team sind, habe ich immer dran gedacht und gedacht, wir schaffen das. Ich werde weiter Agility machen. Das macht einfach riesen Spaß und ich werde nie damit aufhören.